Das war der Mannschaftskapitän mit diesem schönen Tor. Ja, das nennt man dann wohl mit gutem Beispiel vorangehen, Manni. Er gibt die Richtung vor. Nochmal das Tor. Und der Ball ist drin. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Am besten reagiert nach dieser Ecke, bringt den Fuß an den Ball und schon rappelt es im Kasten. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Was für ein toller Treffer aus ganz weiter Ferne. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Well, es ist ein Goal. Es ist ein Terrific Goal für den neuen Signingen. Wir wussten er war, er war, er war, er war, er war, er war. Wir wussten er war, er war, er war, er war, er war. Er war, er war, er war, er war, er war. Er ist ein fantastisch, glückliches Sight, wenn der Ball fließt in, auf der anderen Seite der Bar. Good goal. Für Momentan, glaube ich, es wird Bairdstern auf der Linie, aber er bekommt seine Reward. Noch ein peek an das Goal. Oh, er hat es gut gefallen, um den Ball zu gehen. Going for power from long range, and what a shot, what a goal! Well, he's beaten the keeper there with power, with accuracy, from distance, wonderful. Another peek at that goal. Oh, he's true. Here's the chance, and it's in via the post. It is a goal via the inside of the post, and well-deserved. Sometimes in training, you practice that, trying to hit the inside just for fun, and maybe he's been doing that. And here is another angle on that goal. nach fillet. He's a beautiful chosen person.